Herzlich willkommen, lieber Felix. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. An einem besonderen Tag. Heute ist Pfingsten, der Tag, an dem der Heilige Geist zu den Menschen kam, nach christlicher Vorstellung. Und ein guter Tag, um ein heilsames Gespräch zu den Menschen zu bringen. Herzlich willkommen. Danke, Christa, für diese Einladung. Dein Name, Christa, der hat mich dazu veranlasst gesagt. Lass uns mal an Pfingsten miteinander sprechen. Ja, du hast vor einigen Wochen ein Interview mit Maria von Blumenkronen geführt. Das über die spirituelle Dimension von Impfungen, das sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat auf YouTube. Und ich denke, viele der Zuhörer kennen dich wahrscheinlich darüber schon. Diejenigen, die das Interview nicht gesehen haben, denen empfehle ich unbedingt, das noch anzuhören, weil es sehr tiefe Wahrheiten enthält. Und die paar, die dich noch nicht kennen, da sage ich ein paar Worte zu deiner Einführung. Du hast wirklich sehr, sehr viel unterschiedliche Dinge in deinem Leben getan. Und nach deinem Jurastudium bist du nach Südamerika gegangen. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass dein Leben relativ international war. Du fünf verschiedene Sprachen sprichst und dass es dir früh schon ein wichtiger Impuls war, wirklich dem nachzugehen, was deine Seele hier auf der Erde verwirklichen möchte. Und das hatte ich damals dann nach dem Studium nach Südamerika und in den Amazonas geführt. Und dort hast du Naturheilkunde gelernt, soweit ich das in Erinnerung habe, um dort den Menschen zu helfen. Und es ging aber immer auch darum, eine Möglichkeit zu finden, um die spirituelle Wirklichkeit, die hinter unserem Physischen steht, mit zu integrieren und letztlich zu einer echten, zu einer wahren Heilung zu führen. Und die letzten, glaube ich, 25 Jahre hast du in Deutschland, in Hamburg gewirkt mit den Mitteln der Homöopathie und hast auch viel mit den Folgen oder den negativen Folgen von Impfungen zu tun gehabt. Und was mir noch aufgefallen ist, dass ein Teil deines Lebens und Wirkens auch mit der Kunst und mit der Musik zu tun hat und auch, ja, wie man mit diesen Mitteln auch Heilung zu den Menschen bringen kann. So habe ich das zumindest verstanden. Möchtest du da noch etwas ergänzen? Ja, sehr schön. Du hast die Musik zwischen den Worten gehört. Tatsächlich, es ist ja oft der Tonfall in der Sprache, der dazu führt, ob ein Wort heilsam ist oder vielleicht zerstörerisch ist. Und diese Begriffe wie Nocebo und Placebo und das Gute in den Worten, das hat mich schon als kleines Kind irgendwie sehr berührt, wenn der Pastor was gesagt hat. Und ich sagte zu meiner Mama, der fühlt was ganz anderes, als was er sagt. Dieses Gespür dafür zu haben, als Musiker entwickelt man das, dieses Gespür für die Musik. Ob jemand mit seinem Herzen spricht oder aus dem Kopf spricht oder mit dem Bauch verbunden ist oder nicht. Weil wir sind ja als Körper wie ein drittes Ohr. Wir sind ein ganzheitlicher Resonanzkörper. So wie es ein drittes Auge gibt, gibt es ein drittes Ohr. Und man könnte meinen, vielleicht ist all dieses Dritte, drittes Ohr, drittes Auge, vielleicht alles dasselbe. Sozusagen die Synthese, das Ganzheitliche. Und mit diesem ganzheitlichen, man kann auch sagen, die Sprache des Herzens. Dafür wird alles zusammengeführt. Das mit einzufließen, einfließen zu lassen, war ein großes Bemühen bei mir. Und ich habe halt vor dem Jurastudium habe ich halt Musik studiert, Cello studiert am russischen Generatum in Paris. Und ich habe vier Schwestern, die Profimusiker sind und komme aus einer Familie mit 500 Jahren Musiker, schon seit Luthers Zeiten. Und merkte diese Karriere, klassische Musik ist nichts für mich. Ich muss irgendwas anderes machen. Und dann habe ich mich mit indischer Musik beschäftigt und bin dann in einer indischen Jazzgruppe beigetreten. Ich habe jahrelang Heilkonzerte gegeben mit Musik. Und da sind vor allen Dingen in Südamerika sehr viele Wunder passiert. Also richtig gehende Wunder, so wie man das beschreibt, aus heiterem Himmel sind Dinge passiert, weil wir offensichtlich Kräfte gerufen haben, Heilkräfte, den Erzengel Raphael, die Erzengel Kräfte, die Geistkräfte, die sehr stark sind in Südamerika, stärker als hier in Europa, diese Zwischenebenen. Es gibt ja viel mehr Geistheiler in Brasilien als in Deutschland. Das ist ja kein Zufall. Geistheiler meine ich jetzt die, die mit diesen Zwischenebenen, der desinkarnierte Dr. Fritz, den man dann ruft und dann schamanische Arbeit macht. Das ist nicht dasselbe wie der heilige Geist. Wir haben nur sehr wenig Worte, um das alles zu differenzieren. Die Tibeter, die haben sieben verschiedene Worte für Geist. Sem, Lo, Rigpa, all diese Dinge. Und auch andere Kulturen haben das sehr differenziert, so wie die Neuseeländer 200 Worte für Blau oder für Wasser haben oder sowas. Die Maori. Und wir haben, was das Geistige angeht, würde ich sagen, ist alle Differenzierungen verloren gegangen. Aber New Age, in unserer Zeit, muss das wieder erlangt werden. Und so haben wir dann Kräfte gerufen, die dazu geführt haben, dass regelmäßig die Regenzeit angefangen hat, während unserer Heilkonzerte. Also wenn das Wetter nicht mitgemacht hat, dann kam immer der Ausgleich in den Konzerten. Und wenn es nur geregnet hat, dann hat endlich die Sonne geschehen. Und die Menschen sind aus ihren Rollstühlen aufgestanden und so weiter. Das heißt, diese ganze Welt der Schwingung, die ganze Welt der Resonanz, die ganze Welt der Musik, Musiktherapie, die hat mich jahrzehntelang begleitet. Aber dann gab es Infälle, die ich damit nicht behandeln konnte, wie zum Beispiel, oder nicht heilen wurden, wie Krebsfälle. Dann habe ich mich der Homöopathie zugewandt. Unter anderem, als ich nach Europa kam und sie einfach bekannter ist und besser akzeptiert wird und unglaubliche Dinge leistet, die keine andere Therapieform leistet. Bhagwan hat sie als höher als die Meditation. Also du hast völlig recht. Musik hat eine große Rolle gespielt. Medizin hat eine große Rolle gespielt. Ich spiele immer noch mein Cello und habe Streichquartett und so weiter. Aber Konzerte, das letzte Konzert ist jetzt schon zwei Jahre hin. Corona-mäßig hat sich das alles reduziert. Es geht ja aber hier nicht so sehr um mich, sondern um das als Aufhänger zu benutzen, etwas dazu zu sagen, was meines Erachtens nach ganz wichtig ist. Als ich das Leiden der Indianer sah und sah, dass ihnen T-Shirts mit Grippe, Bakterien, Viren und so weiter hingeworfen werden und die sich gefreut haben über diese farbenfrohen T-Shirts und so weiter. Und hinterher sind sie gestorben und dann wurde der Wald gerodet und so weiter. Da habe ich gemerkt, dass sie mit diesen modernen Zivilisationskrankenheiten nicht umgehen können. Selbst Zucker vertragen sie gar nicht, so wie wir Tabak nicht vertragen. Ich glaube sogar, dass wir Kaffee nicht vertragen, aber dass viele Leute glauben, das sei harmlos wie Wasser. Aber okay, das ist jetzt nicht der Punkt, sondern dass, wenn sie dann behandelt wurden mit Antibiotika und mit Antigrippe, Virostatika und so weiter und so fort, dann wurde ihnen auch immer gleichzeitig ein völlig ihnen fremdes Weltbild verkauft. Albert Schweitzer, der hat in Afrika Krankenhäuser gemacht, in denen die ganzen Familien zusammenkommen, wo sie trommeln durften, wo sie die Geister anrufen konnten. Und er hat trotzdem ihnen die Schulmedizin gegeben. Das war der Geist, den ich wollte. Ich wollte eine Medizin finden, die den Indianern hilft, mit den Zivilisationskrankenheiten umzugehen, die aber nicht sagt, deswegen müsst ihr Materialist werden. Ihr müsst nicht Christ werden, ihr müsst nicht Materialist werden, ihr müsst nicht alle eure geistigen Welt abbeschwören. Und komischerweise habe ich diese Medizin in der Homöopathie gefunden. Die Homöopathie wurde wunderbar von den indigenen Völkern akzeptiert. Es gibt hunderte von Krankenhäusern, die nur mit Homöopathie arbeiten. Vor 120 Jahren war es noch die Hauptmedizin, nach Temperamenten zu behandeln und so weiter, war auch bei uns ganz gang und gäbe. Die ganze Impfgeschichte hat sich aus der Homöopathie, dem Fein, den Feinstofflichen entwickelt. Und es ist durchaus möglich, weil es eben nicht wie Musik mit Klängen, Sprachen und Kultur zu tun hat. Es ist kulturlos. Sie zu erreichen, sie sehen die Wunder, die passieren, sie sehen die Heilerfolge. Und sie können es total gut nachvollziehen und nachmachen und so weiter und selber die Mittel herstellen. Und das ist also ein wunderbares Instrument, dass ich dabei eben natürlich auch auf die Probleme mit den Impfungen gestoßen bin. Ich meine, jeder, der sich damit beschäftigt, wird auch Probleme stoßen. Und das ist so ein tiefes, tiefes abgründiges Thema, dass ich hoffe, dass wir heute am Pfingsten nicht ausschließlich in diese dunklen Ecken schauen müssen, sondern auch wirklich eine positive Botschaft für die Menschen haben. Es gibt eine neue Medizin, die uns hilft, mit diesem ganzen Schatten fertig zu werden, um ins Licht zu kommen und die ohne Kultur ist, die nicht eine Religion ist. Man muss nicht Buddhist sein dafür, nicht Christ sein dafür. Man muss an nichts glauben dafür. Man muss es nur einnehmen. Das ist das All. Ja, ich würde auch gerne erst mal auf die lichte Seite schauen. Mir ist aufgefallen, in den letzten zwei Jahren ist auf einmal das Thema Gesundheit so präsent, was ja gut ist. Also Jahrzehnte vorher hatte ich das Gefühl, niemand interessiert sich eigentlich für seine Gesundheit. Und plötzlich ist das Wort in aller Munde. Aber ganz oft habe ich auch das Gefühl, wenn jemand sagt, es geht ja um die Gesundheit, du weißt ja gar nicht, wovon du sprichst. Und deshalb würde ich gerne mal mit dir darüber sprechen, Was ist Gesundheit eigentlich? Also das Wort Gesundheit resoniert mit der Sonne. Gesund sein und die Sonne, Christus soll, die Sonne, das Herz, der Geist, der reine Geist, unsere Quelle. Alles was wir aus der Quelle tun, tun wir in Liebe, aber in Ganzheit. Der achtfältige Pfad des Buddhas heißt alles mit einem ganzheitlichen Bewusstsein tun. Und so wie wir etwas trennen, entsteht eine Lücke. Und da kommt das Ungelücke her. Alles Unglück kommt davon, dass wir uns aus dieser ursprünglichen Einheit gelöst haben. Das ist nun mal das menschliche Schicksal. Aber wie kommen wir zurück? Sie ist ja immer da und wartet uns. Sie erwartet uns. Sie kommt uns entgegen. So wie im Advent. Adventur, sie kommt uns entgegen. Oder wie es in der Apokalypse heißt. Ich lobe deinen Mühen und Plagen, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe nicht mehr hast. Das Erste, das Primordiale, den Ursprung. Die Menschen machen sich alle tollen Gedanken und pflastern den Weg zur Hölle mit lauter guten Absichten. Schauen Sie mal die ganzen tollen Sozialarbeiter an. Und trotzdem ist dieses Sozialsystem, macht die Menschen schwach. Ich war mal, als ich zurückkam nach Deutschland mit meinen beiden Kindern vorübergehend, Sozialhilfeempfänger. Danke, dass es das gab und gibt. Aber meine Güte, nach kurzer Zeit habe ich gesehen, dieser psychische Druck, den das auf mich macht, klein zu sein und schwach zu sein, hatte nichts mit meinem Selbstverständnis zu tun. Da habe ich gesagt, ist mir egal. Woanders vor 100 Jahren hätte es diese Hilfe auch nicht gegeben. Dann kämpft man sich halt irgendwie durch. Und dann habe ich gemerkt, dass alles, was diese gute Absichten hat, eben auch eine Schattenseite hat. Gesund sein heißt aber, baden im Licht der Ganzheit. Und das ist jenseits von Licht und Schatten. Das ist nicht die Sonne und Mond. Das ist die Sonne, die hinter der Sonne. Das ist die Sonne, die in deinem Herzen, wenn ich mir das erlaube, darf zu sagen, anders ist als in meinem Herzen. Die jeder nur in sich finden kann und von außen niemand beurteilen kann. Niemand kann sagen, nein, dir schmeckt Sahnetorte nicht. Das ist dein eigener Geschmack. Niemand kann sagen, nein, du liebst diesen Mann nicht. Das kann niemand sagen. Nur du weißt. Und niemand kann von außen sagen, was richtig ist und was hat. Das ist was Jesus meint mit, das Himmelreich ist in dir. Und die Menschen haben vergessen und verloren, diesen Blick überhaupt nach innen zu richten. Und in der Nacht, wo wir uns nach in diese geistige Welt richten und nachrichten, da haben viele Menschen Angst vor und machen das Licht an. Einige lassen sogar den Fernseher die ganze Nacht laufen. Bestimmt nicht deine Zuhörer oder Zuschauer. Aber ich habe es schon so oft gesehen, dass die Menschen vor dieser Dunkelheit, vor dieser Angst haben. Ich habe noch in Dörfern gelebt, da gab es überhaupt keinen Strom. Und das ist wunderbar. Macht es raus. Nur die Leute, die ein paar Kerzen tragen und ein paar Taschenlappen gibt es natürlich in der modernen Welt. Und ansonsten sieht man nur die Sterne. Gerade wenn man hoch in den Bergen ist, in den Anden und so weiter, ist das ein wunderbares Gefühl von Geborgenheit. Eigentlich ist der Geist etwas, in dem wir geborgen sind. Aber deswegen ist es auch verborgen. Also das ist oft uns so nah, dass wir es gar nicht sehen. Und deswegen bemerken wir Gesundheit erst, wenn wir krank sind. Erst wenn wir in diese Dualität kommen und einen Gegensatz machen zwischen Gesundheit und Krankheit, dann machen wir uns Gedanken über Gesundheit und Krankheit. Wie ein Kind, was einfach so ist, wie es ist und schreit und klärt, wenn es was haben will. Und erst wenn es in die Dualität kommt, zwischen ich und du. Und dann sagt, das macht man aber nicht. Oder jetzt musst du warten, bis es Essen gibt. Oder jetzt musst du warten wegen der Reinlichkeit und so weiter und so fort. Also diese Zeit uns antreten. Und das wissen die Menschen nicht. Und seit 100 Jahren, als dann es diesen Feldzug gegeben hat, nur noch Medizin anzuerkennen, die patentierbar und verkäuflich ist und alles auf mechanistisch messbare Werte zu reduzieren, was ja ganz im Geist des Materialistischen Weltbildes ist. Materialistisches Weltbild in Klammern gesagt ist nur deswegen ein Problem, nicht weil es diese materielle Ebene nicht gibt, sondern Materialismus bedeutet, dass man kategorisch verneint, dass es noch andere Ebenen gibt. Die Wissenschaft könnte so weitermachen wie her, aber sie würde trotzdem erlauben, dass es Geistwesen gibt, dass es Intuition gibt, dass wir die Zukunft vorher wissen, dass wir nachts in andere Dimensionen abdauen, dann wäre die Wissenschaft wunderbar. Das ist eigentlich ihre Aufgabe. Aber wenn man das als Grundlage für das Leben nimmt, die Lebenskraft, die Heilkraft, dann ist es eben abgeschnitten von der Wahrheit, abgeschnitten von der Wirklichkeit, abgeschnitten von der Lebenserfahrung der Menschen. Und wir glauben also tatsächlich heute, wir sind gesund, wenn wir einen Blutdruck von 80 bis 180, 120 haben. Und wenn er 150 ist, sind wir krank oder so etwas. Und dann gehen die Menschen zum Arzt und sagen, ich bin krank. Und dann misst er seine Standardwerte und sagt, nee, sie sind gesund. Das ist so, als würde jemand kommen und sagen, nein, du liebst den anderen, deinen Freunden. Oder sagen, nein, Sahnetorte schmeckt dir nicht. Da merkt man, da stimmt was nicht, oder? Und das merken die Menschen jetzt ganz stark. Also das ist, glaube ich, eins von den wichtigsten Dingen, dieser Überzogenheit. Ein Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Es wurde so überzogen, dieses System, das heute jeder weiß. Also wer es bis heute nicht erreicht hat, da frage ich mich, wo die Ausgutung... Ja, wir blenden manchmal eben auch aus, was wir nicht wissen wollen. Und deswegen ist es toll, dass es solche Sender gibt wie Deinen und solche Interviews. Denn wenn wir nicht wissen, dass drei Viertel aller Operationen unnötig sind, dann gehen wir halt hin, Vertrauen, Götter in Weiß. Wissen wir gar nicht, dass das luziferisch ist, der Lichtbringer, der uns aber verführt, weil er uns sagt, du kannst ein Leben ohne Krankheit führen. Auf der dualistischen Ebene. Aber das gibt es nicht auf dieser Ebene. Auf dieser materiellen Ebene gibt es immer Sonne und Mond und Mann und Frau und Gesundheit und Krankheit. Die ursprüngliche Gesundheit, die liegt auf einer anderen Ebene. Die liegt auf der Ebene des Geistes, auf der Ebene des Nichtwissens, auf der Ebene des Herzens, auf der Ebene des Loslassens und Vertrauens. Und dann werden die Menschen gesund. Und der Parasympathikus, das Anabole-System, das kommt dem viel näher. Also dieses Entspannen, Energie zu sich nehmen, ruhig werden. Das konnten früher die Indigenen-Völker genauso wie die asiatischen Völker viel besser als wir. Aber einmählich hat sich eben dieses Stress, diese Stresswelt in der Welt verbreitet. Und für viele Menschen ist der erste Stress nach der Geburt der Stress von Impfung. Das ist ein enormer Stress auf das System. Und dann kapitulieren halt irgendwann die Nebennieren, das Immunsystem. Und dann sind die Sofortwirkungen, die sind völlig egal, ob da eine rote Stelle ist oder so etwas nach der Impfung. Das ist so lächerlich. Wichtig ist, ob man nach 20 Jahren alle Organe rausoperiert kriegt und Krebs kriegt und so weiter. Das ist das, was wir wissen wollen und weswegen wir sagen müssen, so geht es nicht weiter mit dieser Medizin. Wir dürfen unsere Kinder nicht mehr impfen lassen. Wir dürfen nicht mehr auf diese Art und Weise damit umgehen. Es muss individualisiert sein. Und ja, das würde ich gerne später nochmal darauf zurückkommen und erklären, zu welcher Gesundheit wir wieder zurückkommen können. Also viele denken ja im Zusammenhang mit den Impfungen in erster Linie an irgendwelche Zusatzstoffe, die dann eben wieder auf der materiellen Ebene, der physischen Ebene dem Körperschaden. Aber wenn man sich die geistige Ebene anschaut, dann hat ja jede Krankheit einen ganz spezifischen Impuls auch, den sie dem Menschen bringt. Und das finde ich eigentlich auch interessant, mal zu gucken, warum kommen denn eigentlich bestimmte Krankheiten zu Besuch? Was machen die Kinderkrankheiten zum Beispiel mit dem Bewusstsein des sich entwickelnden Menschen? Es ist was, wo ich so Gefühl habe, dass das jungen Eltern überhaupt nicht präsent ist, weil das schon eine Generation ist, die haben diese Krankheiten selber vielfach gar nicht gehabt, sind geimpft worden oder auch nicht geimpft worden, hatten aber keine Möglichkeit, der Krankheit zu begegnen, zum Beispiel bei den Masern. Also was ist das Spezifische an so einer Masernerkrankung zum Beispiel? Warum kommt die und wie kann auch jemand als junges Elternpaar jetzt damit umgehen? Was mache ich denn da jetzt? Ja, es ist wunderbar, dass du das ansprichst. Denn natürlich hat auf dieser geistigen Dimension alles einen Sinn. Licht und Schatten geben immer einen Sinn. Und auch wenn man schlafen muss und das vielleicht nicht möchte, hat das einen Sinn. Und es ist gut, dass wir schlafen. Es ist sogar gut, dass wir irgendwann sterben und dann mal ein neues Leben anfangen können oder auf einem anderen Planeten oder sonst so. Alles hat einen Sinn. Auch wenn wir eine heiß geliebte Beziehung manchmal beenden müssen, weil wir alles gelernt haben, was wir lernen können. Es hat einfach einen Sinn, dass diese Schöpfung so ist, dass die Dinge entstehen und vergehen. Und alles hat einen geistigen Urgrund. Einen metaphysischen Urgrund, kann man so sagen. Das gilt für die natürlichen Krankheiten. Und jetzt ist eine Frage. Vielleicht sollten wir erst mal die natürlichen Kinderkrankheiten betrachten, bevor wir die ganze Problematik mit Impfungen und so weiter in diesem Zusammenhang uns anschauen. Denn tatsächlich ist es ja etwas sehr spezifisch Menschliches, dass wir so etwas Kinderkrankheiten haben. Unter diesem Begriff jedenfalls gibt es das bei den Kieren nicht. Und das hängt damit zusammen, dass der Mensch eben zwischen diesen höheren Geistigen und zwischen den niederen Sphären steht und so etwas wie Freiheit. Wir sind das einzige Wesen, was so in der Zone ist. Wir können unseren Geist nach oben entwickeln ins Licht oder eben zum Existenziellen hin entwickeln. Und in dieser Freiheit gibt es die Möglichkeit, bestimmte geistige Entwicklungsschritte zu machen. Das heißt, geistige Entwicklung ist eigentlich eine Persönlichkeitsentwicklung. Wir brauchen eine bestimmte Persönlichkeit, um Botschaften aus der geistigen Welt empfängen zu können und dann umzusetzen und in dieser Welt etwas damit zu machen. Ich finde es wunderbar, dass sie in den Jahren zum Beispiel Visionssuche machen, wenn sie erwachsen werden. Bis 14 ist ja das Karma der Eltern verschwolzen mit dem Karma der Kinder. Kann man so und so viel nicht machen, aber dann müssen sie ihr eigenes Karma entwickeln und machen dann so etwas wie Visionssuche. Und dann hinterher wissen sie aber, weswegen sie hier im Leben sind. Ich kenne sogar viele Erwachsene, die nicht wissen, weswegen sie hier sind. Was ist das für ein Leben, wenn man nicht weiß, weswegen man hier ist? Ja, aber genau dafür brauchen wir bestimmte Persönlichkeitsmerkmale. Und in einigen Traditionen spricht man von der Mehrgliedrigkeit oder den Wesensgliedern des menschlichen Körpers. Ich spreche einfach von Auraschichten. Es gibt halt den Bereich der Emotionen, des Intellekts und so weiter oder die Prägung, die wir noch aus anderen Leben haben oder noch von unserer Familie haben und so weiter. Und da müssen wir, all diese Schichten müssen durchlichtet werden, müssen von uns integriert werden, um ein ganzer Mensch zu werden, um die absolute göttliche Quelle durchlassen zu können, bis in unsere Persönlichkeit, dass wir es dann auch tun, was wir zu tun haben. Und wenn wir das auf einfache Weise erleben, dann könnte es sein, dass wir ein ganzes Kindheit haben ohne Kinderkrankheiten. Denn ich kenne Indianer, die geistig sehr entwickelt sind und keine Kinderkrankheiten haben. Aber im Laufe der Zeit hat sich in unserer Kultur eben die Schwingung so weit erniedrigt, dass wir, um diese Fähigkeiten zu entwickeln, durch Krisen durch müssen. Und diese Krisen sind entweder psychologischer Art oder gesundheitlicher Art. Und Eltern, die ihre Kinder beobachten, die nicht geimpft sind und auf natürliche Weise durch solche Krisen gehen, beobachten immer, dass die Kinder nach Windpocken, nach Masern, nach Scharlach oder Mumps oder was auch immer, anders geworden sind, reifer geworden sind, erwachsener, mehr sich selbst. Und es liegt auf der Hand, dass die Krankheiten, die wir durchmachen in der Kindheit, damit zu tun haben, wo unsere Hauptherausforderungen sind, welche Qualitäten wir entwickeln müssen. Ich gebe so gerne als Beispiel Diphtherie. Da kann man sich überhaupt nicht ausdrücken. Die ganzen Symptome von Diphtherie, die sprechen dafür, dass der Mensch lernen muss, sich selber auszudrücken. Selbst wenn das Kind anderer Meinung ist als die Eltern. Auch bei Masern. Und wir haben lauter solche umgangssprachlichen Ausdrücke. Ich huste dir eins. Was heißt das? Ich bin sauer auf dich, oder? Also kannst du einfach sagen, eine Krankheit, die mit Husten verbunden ist, bedeutet, ich möchte anerkannt werden. Ich möchte gesehen werden. Ich will mich nicht nach dir drehen. Ich will meine eigene Sonne sein. Wenn man die Nase voll hat, was wird man wohl für ein Symptom entwickeln? Schnupfen. Wenn man bei Masern diese kopplickschen Flecken hat, in der Mundhöhle, dann bedeutet das, ich will was sagen, aber ich weiß nicht wie. Ich unterdrücke, was ich zu sagen habe. Und die Krankheit bringt es dann ans Licht. Also wenn wir die Symptome lesen könnten, dann würde der Körper alles das sagen, was eigentlich unsere Persönlichkeit sagt. Und dadurch gelangt es in unser Energiesystem und unsere Persönlichkeit übernimmt das. Das ist so, als würde der Lehrer irgendwie eindringlich etwas erzählen und du dämmerst so hin und kriegst das mit und hinterher weißt du es. Die Krankheiten, die führen dazu, dass du bestimmte Themen integrieren kannst. Und ich kann dir mal ein paar Kinderkrankheiten nennen. Das eine, was aber dabei zu berücksichtigen ist, bevor wir die spezifischen Kinderkrankheiten anschauen, ist, dass überhaupt nicht mehr in diese Angst vor Krankheiten zu gehen, das ist das Wichtigste. Das Kind lernt ganz schnell, mal ist es stark, mal ist es schwach, mal muss es ruhen, mal kann es toben. Es lernt genauso, wie es lernt, abends ins Bett zu gehen. Es ist eine Lektion, entspannt mit Krankheit umzugehen. Die meisten schlimmen Krankheiten entstehen dadurch, dass wir die leichten Krankheiten nicht akzeptieren, nicht haben wollen, unterdrücken, wegdrücken, vermeiden, bis zum geht nicht mehr. Und dann wird erst alles richtig schlimm. Das ist das Wichtigste, entspannt bleiben mit den Schattenseiten. Das ist natürlich nicht das, was unsere Medizin uns verkauft. Da wird auf jeden spaßende Antibiotika geschossen, muss ich nun mal sagen, es gibt wirklich, nichts darf man pauschal sagen, aber die Prinzipien, die dahinterstehen, die darf man schon kritisieren. Selbst wenn es unglaublich tolle Ärzte gibt, unglaublich tolle Forschung gibt. Ich bin begeisterter Wissenschaftler und begeisterter Arzt, aber die Art, wie das gehandhabt wird und der Geist dahinter, der ist scharf zu kritisieren. Wenn das alles eingebettet wäre in ein größeres Verständnis, in ein entspanntes Verständnis, wenn jeder Patient erst mal meditieren würde und der Arzt fragen würde, na, was hast du für Vorteile? Ich glaube, in dem Interview, Maria, habe ich das Beispiel gegeben, wo ein kleines Mädchen immer wieder mal krank wurde und dann zu Hause blieb und dann komponierte. Das finde ich so toll, weil hinterher habe ich der Mutter gesagt, ja, warum erlaubst du ihr nicht einfach zu Hause zu bleiben, wenn sie zu Hause bleiben will? Ist doch egal, was die Lehrer sagen oder was die Schule verlangt. Sie ist nie wieder krank geworden, das Mädchen. Durfte einfach zu Hause bleiben und hat dann komponiert und sie hat tolle Sachen komponiert mit elf Jahren. So soll das gehen im Leben. Aber das ist sozusagen das Allgemeine und das Besondere ist, wenn du möchtest, kann ich ja mal sagen, was ich denke so, was meine Erfahrung ist, was so die verschiedenen Krankheiten so mit sich bringen für Qualität, für Persönlichkeitsentwicklungsschritte. Interessiert dich das? Ja, das ist mir nicht. Also Windpocken. Windpocken, Wind ist überhaupt ein Begriff, der für Denken steht und für unsere Energie. Wie Bayou im Indischen und so weiter. Windpocken, die kommen und gehen und so weiter. Und das bedeutet ein bestimmtes Fluchtverhalten. Also wenn man eine Spannung hat, die Mutter sagt das eine, der Papa sagt das andere und das Kind weiß nicht, wie es sich orientieren soll. Eine Art Polarisierung. Wo immer das auftaucht. Das Kind muss lernen, dann nicht zu fliehen, sondern das zu integrieren. Und dann kriegt das Kind, wenn es das nicht schafft, Windpocken und dann schafft es das. Dann schafft es mit mal zu sagen, nicht Mama will das und Papa will das, sondern zu sagen, Mama und Papa wollen was Verschiedenes. Sogar das Gegenteil. Das ist ein riesen mentaler Schritt. Das ist so, als würde man sagen, nicht nur, das ist grün und das ist blau und das ist gelb, sondern alle gemeinsam sind Farben. Weißt du, was das für ein geistiger Schritt ist? Das kann kein Elefant sagen. Die haben ein großes Gehirn. Das kann kein Delfin sagen. Die sind sehr intelligent. Dieser Entwicklungsschritt, die Ebene zu wechseln, immer in die Synthese zu kommen, das wird durch Windpocken ermöglicht. Das will man dem Kind doch nicht vermasseln. In dem man Windpocken impft und das Kind ist den Rest des Lebens in diesem, soll ich dies oder soll es jenes und das ist doch anders als das und was stimmt nun, gefangen bleiben. Ich kenne Erwachsene, die nach 40 Jahren Leben oder 50 Jahren Leben noch immer sind, ist jetzt das richtig oder ist jetzt das richtig? Soll ich dies oder soll ich das? Das ist ja die erste Lektion, die Windpocken-Lektion, nicht integriert so. Es geht ja oft gar nicht um dies oder das, sondern zu beobachten, dass da zwei verschiedene Dinge sind. Was ist die Lektion von Windpocken? Meiner Ansicht nach. Aber wenn man die Symptome genau analysiert, dann passt jedes Symptom der Windpocken genau darauf, das zu entwickeln. Verständlich? Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch so viele einzelne Krankheiten durchgehen sollen, aber so könnten wir jede Krankheit durchgehen. Und du siehst, es hat psychologische Aspekte, spirituelle Aspekte, also geistiges Erwachen Aspekt. Und natürlich hat es die, wir können ja noch mal die Masern-Impfung nehmen. Ja. Weil ich glaube, die ist natürlich in aller Munde und nicht aus Zufall als eine, wo ganz stark darauf gedrängt wird, sie zu impfen. Und vielleicht sieht ihr auch, also ist ja die Impfpflicht eingeführt worden für Kitas und so weiter und so fort, weil man weiß, dass sie alle da teilnehmen müssen. Und dann wird ja argumentiert, ein von einer Million Kindern stirbt an Masern. Und ich weiß nicht, was du von diesem Argument hältst, aber wenn dieses eine Kind von einer Million Kindern rausgefunden würde und man vorher wüsste, wer das ist und das Kind impft, ich finde das toll. Warum soll es nicht geimpft werden? Aber deswegen eine Million Kinder zu impfen, das ist die Frage. Wahrscheinlich könnte dem anderen Kind auch geholfen werden, indem man die Masern-Krankheit versteht, indem man es schützt. Sterben tut immer nur ein ganzes Feld. Es gibt karmische Dinge, es gibt viele verschiedene Aspekte. Und oft verwechseln wir Auslöser mit Ursachen. Wenn dann als letzte Krankheit Masern dazukommt, ist deswegen noch lange nicht jemand an Masern gestorben, sondern an einem ganzen komplexen Feld von Schwäche, die schon vorher eingetreten ist und so weiter. Also ich möchte gerne die Möglichkeiten und das Potenzial mit diesen Mitteln zu helfen, bewahren, aber indem ich die Ebene wechsle und von oben jeweils schaue, was braucht dieses Kind? Und das mache ich seit 40 Jahren. Ich schaue mir die Kinder an und teste kinesiologisch ab einem bestimmten Alter, wo sind sie gefährdet und womit haben sie überhaupt kein Thema. Also es kann sein, dass ein Kind mit Windpocken überhaupt kein Thema hat. Vielleicht war es im anderen Leben Philosoph und diese Art von Integration und die Synthese finden ist ihm im Blut mitgegeben worden. Oder was weiß ich, vielleicht ein Löwegeborener oder sowas, die stehen ja so für Integration oder sowas. Oder Jungfraugeborene mit dieser Fähigkeit immer wieder diese mentalen Widersprüche aufzulösen und in Heilung zu bringen. Wunderbar, ist damit geboren, hat damit kein Thema. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Weswegen sollte der geimpft werden? Das heißt, man sollte vorher schauen, womit haben die Kinder ein Thema und womit haben sie kein Thema. Jedenfalls mache ich das so. Ich will nicht sagen, dass es nicht noch andere Möglichkeiten gibt. Aber mein Ansatzpunkt ist, schau vorher, wo ist jemand gefährdet. Und wenn er gefährdet ist, schau, welchen Schutz er braucht. Das ist ja die Idee von Impfung, ist Prophylaxe. Und wenn jemand nicht gefährdet ist, dann vertrau darauf, dass er keinen Extraschutz braucht. Also wenn man nicht auf dem Hof liegt, braucht man keinen Extraschutz und keinen Sturzhelm oder Extraschutz vor Pferdetritten oder so etwas. Dann gibt es halt keine Pferde oder so. So braucht nicht jeder immer alles. Das ist völlig übertrieben. Niemand ist vor allem gefährdet. Das gibt es gar nicht. Jedenfalls habe ich es noch nie erlebt. Ich habe immer erlebt, dass einige Kinder vor dem einen oder anderen noch einen guten Schutz brauchten. Und dann habe ich gefragt, reicht ein homöopathischer Schutz, eine homöopathische Impfung? Denn die Idee kommt aus der Homöopathie. Und wenn dann die Antwort des eigenen Energiesystems des Kindes war ja, dann habe ich ihm eben diesen homöopathischen Schutz gewährt. Und ich habe es noch nicht einmal in 50.000 Begleitungen, die ich gemacht habe, noch nicht einmal erlebt, dass hinterher jemand eine Krankheit gekriegt hat, wo er homöopathisch geimpft war oder geschützt war. Oder wo der Körper gesagt hat, damit habe ich nichts am Hut, das ist nicht mein Thema. Das heißt, wir haben alle Zugang zu diesen höheren Ebenen. Wenn die Krankheit kommt, dann kann man das vorher wissen und spüren. Die kommt nicht aus heiterem Himmel. Die Menschen träumen oft vorher davor. Die sagen, Opa, du siehst so komisch aus, deine eigene Gesichtshälfte ist irgendwie ganz dunkel. Das ist die Aura, die dunkel ist und kurze Zeit später hat er einen Schlaganfall auf der Seite. Wir sehen die Energie vorher. Und die Energie, danach richtet sich der Körper. Und auf der energetischen Ebene kann man testen, ob jemand Risiken hat oder nicht. Wenn er sie hat, dann soll man ihn schützen. Wenn er sie nicht hat, dann braucht er den Schutz nicht. Und wenn jemand sehr stark gefährdet ist und eine schulmedizinische Impfung braucht, dann soll er sie kriegen. Und dann soll man die homöopathisch begleiten. Dann gibt es keine Nebenwirkungen. Also was ist das Problem? Wozu all diese Nebenwirkungen als Risiko auf sich nehmen und der Bevölkerung schaden, sie insgesamt schwächen, wenn es darum geht, einzelne Menschen zu schützen für einzelne Krankheiten. Und das kann man auch in eine viel bessere Art und Weise. Du siehst etwas besorgt aus. Nee, ich denke nur gerade nach. Also du hast ja vorhin auch erzählt, dass die Indigenen die Kinderkrankheiten zum Teil gar nicht brauchen, weil sie diese Krise nicht brauchen, um bestimmte Entwicklungen zu machen. Bei uns braucht man anscheinend manchmal die Krise. Wie ist es denn jetzt, wenn ich das homöopathisch anstoße, diese Entwicklung? Kann man dann hinterher sogar Antikörper nachweisen oder ist das völlig unabhängig davon? Also wenn es richtig gemacht ist und funktioniert, das weiß ich, ich kann sagen, dass es nicht in allen funktioniert, aber wenn man tatsächlich, also es gibt einige Menschen, die versuchen zum Beispiel die Masern Antititer zu produzieren, indem sie eine Potenz geben. Das funktioniert nicht. Man muss oben aus dem Geistigen die Information von Masern holen und sie dann erst in der hohen Potenz geben, dann in der mittleren Potenz und dann in der niedrigen, bis es im Körperlichen ist. Dann macht der Körper auch noch den letzten Sprung und kann Antititer nachweisen. Das nenne ich Impfung, homöopathische, geht im Allgemeinen von oben nach unten, aus dem Geistigen ins Körperliche. Impfausleitung genau umgekehrt. Da fängt man mit den Tiefpotenten an und leitet das immer aus, bis der Geist selber es wieder integriert, sozusagen auf der geistigen Ebene auflösen kann, wo sich alles auflöst. Es ist so, dass man die Menschen in der Tat mit der Homöopathie unterstützen kann, entweder leichter durch diese Krisen zu schlittern oder sie gar nicht erst zu machen. Also wenn man rechtzeitig zum Homöopathen geht, dann kann der auch durchaus dazu beitragen, dass die Kinder die meisten Themen beitragen. Sogar ohne Kinderkrankheiten integrieren. Aber auf jeden Fall geht das nur auf eine Grundlage, wo man keine Angst vor Kinderkrankheiten hat und die eventuell als eine Hilfe an sie. Ich denke, man kennt es ja eigentlich auch aus der Schulmedizin, wenn man sich gegen eine Krankheit still gefeit hat. Also meine Tochter zum Beispiel hatte nie die Röteln, nicht sichtbar, aber sie ist dagegen immun. Absolut. Absolut. Ja. Wenn wir nochmal zurückgucken zu diesem, wo du angefangen hast, zu der inneren Sonne, die für unsere Gesundheit zuständig ist, weiß nicht, ob man das so sagen kann. Welche Bedeutung hat denn die Liebe eigentlich für uns Menschen? Man könnte sagen, aber man kann viel zur Liebe sagen. Man kann auch viel zur Liebe schweigen. Denn alles, was wir sagen, Worte haben diese Eigenschaft, etwas zu fixieren. Und die Liebe ist genau das Gegenteil davon. Sie ist die absolute Offenheit. Absolute Freiheit. Die absolute Hüte. Worte helfen, dass wir die Welt beherrschen können. Die Liebe ist sanftmütig. Sie möchte nicht herrschen. Deswegen ist es oft besser, über die Liebe zu schweigen. Aber man darf auch keine Angst haben davor. Diese Liebe, die wir immer erst persönlich kennenlernen. Und jeder hat irgendwie diese Schritte durchmachen müssen. Auch Jesus hat mit ganz persönlicher Liebe angefangen. Und irgendeinen Menschen ganz persönlich geliebt. Die hat natürlich auf dem menschlichen Ebene ganz viele Aspekte. Mutterliebe gibt es auch bei den Pieren. Was der Mensch als besondere Fähigkeit hat, ist, sie immer weiter auszudehnen. Bis hin zur ganz abstrakten Liebe. Die Liebe für das Nichts. Für das Nichtsichtbare. Nichtfassbare. Manchmal kann man es natürlich dann einfach glauben, dass es dem dann wieder eine Form geben. Ein Bild geben. Oder einen Namen geben. Aber eigentlich ist die Liebe so, dass sie uns bis an die Grenzen des Absoluten führt. Es ist vielleicht, könnte man sagen, das höchste Ordnungsprinzip innerhalb der Schöpfung. Man könnte sagen, dass der reine Geist, der ruht in sich. Der Unbewegte bewegt. Und wie aus einem Paradox wird daraus die Schöpfung. Entsteht daraus die Schöpfung. Das wird manchmal als der weibliche Aspekt des Göttlichen betrachtet. Das Potenzial, das daraus die Schöpfung wird. Das ist die große Göttin. Das ist Maria. Die große Göttin. Nicht die Person, sondern das weibliche Göttliche. Also Gott ist sicherlich Yin und Yang. Nicht nur was Männliches, selbst wenn wir ihn grammatikalisch so daran sprechen. Aber das Absolute ist definitiv weder Yin noch Yang. Aber hat diese beiden Aspekte. Und dieser Aspekt des in sich ruhenden Göttlichen, dass es in die Welt kommen kann, das kann man die weibliche Seite Gottes nehmen. Und die manifestiert sich. Und so wie sie beginnt, sich aus dieser ursprünglichen, in sich ruhenden Wirklichkeit, dem Urgrund zu lösen, diese Schwelle wird in Indien Antakarana genannt. Dort beginnen dann die Zahlen zu wirken. Das höchste Ordnungsprinzip, was alle Zahlen regiert, das Resonanzprinzip, ist das Prinzip der Liebe. Also die Liebe kann man sagen, ist das höchste Prinzip, was die Schöpfung durchdringt. Das ist das höchste Prinzip der weiblichen Seite Gottes. Gott selber würde man sagen, das kann man tatsächlich sagen. Dem ist es egal, ob du gesund bist oder krank, ob du lebst oder stirbst. Weil du stirbst und so irgendwann mal. Und das sind einfach nicht seine Kriterien auf der Ebene. Verstehst du? Es ist auch nicht so wichtig, ob jetzt Wuppertal, ich weiß nicht, ob es eine Fußballmannschaft in Wuppertal gewinnt oder irgendjemand anderes. Da können beide Gruppen zu Gott beten und der muss natürlich lachen, weil was soll er denn machen? Das ganze Universum besteht aus Abermilliarden von Galaxien mit Abermilliarden von Sternen. Und da streiten sich die, beten sie dann zu ihm, damit er macht, dass ihr ihr Fußballklub gewinnt. Einer gewinnt und einer verliert. So ist das halt. Okay? Deswegen in der Heilung ist es sehr wichtig, sich an die Liebe zu wenden und an die göttliche Mutter. Weil sie ist sowohl auf der Ebene, sie kann mit dem Vater sozusagen kommunizieren, aber sie ist eben dieser Schritt in die Existenz. Das ist sehr, sehr was Feines, diesen Unterschied zu machen. Etwas, was auf der gleichen Ebene ist. Aber wenn wir das übertragen auf das Menschliche, könnte man so sagen, der Vater, der wird auch mal in seiner archetypischen Rolle auch sagen, ja, du hast dir wehgetan, aber du bist auch viel zu schnell gefahren. Okay? Da wird das Kind aufrütteln und lernen, sodass nicht, hat auch Mist gebaut. Ja? Die Mutter, die hat nicht zu sagen, du hast was falsch gemacht. Das ist nicht die Aufgabe der Mutter. Die armen, alleinerziehenden Mütter, die müssen immer beide Rollen erfüllen. Aber was das Kind manchmal braucht, ist einfach in die Arme genommen zu werden. Mein alchemistischer, mein Lehrer für Alchemie, der hat mir immer beigebracht, als erster Betrachter, ob jemand einfach nur geheilt, werden muss im Augenblick oder einen Stoß, einen Stoß zum Erwachen braucht. Ob er dieses mütterliche, weibliche braucht. Einfach, dass man für ihn da ist. Wenn er dann dreimal kommt mit der dritten Krankheit und dann sagst du, so, jetzt reicht es aber mal. Warum kommen Sie immer wieder mit dem Problem? Sie müssen doch nicht immer hier an der Brust hängen, Sie sind erwachsen. Übernehmen Sie mal Verantwortung. Was haben Sie davon? Was ist das denn für ein Spiel? Dann muss man irgendwann die Menschen erwachen. Und so ist das mit Krankheit auch. Also wenn man es nicht aus Träumen lernt, wenn man es nicht von den Nachbarn lernt, von dem Spiegel, die die Welt einem vorherrscht, weil wenn wir Schwingung haben und wir sehen sie selber nicht, weil wir nicht diese Selbsterkenntnis haben, dann kriegen wir sie in Träumen. und wenn das nicht reicht, dann spiegelt uns die Umwelt das und wenn das nicht reicht, dann erzählt uns unser Körper das und wenn wir es dann nicht verstehen oder unterdrücken, dann ist echt die Geschichte schlecht ausgegangen. Aber diese drei Ebenen haben wir immer vorher. Träumen, Nachbarn und Krankheit. Deswegen müssen wir auch gehorchen, gehorchen. Wenn wir auf die innere Stimme horchen und gehorchen sozusagen, dann können wir so viel Dinge abfangen, bevor sie sich wirklich physisch als Krankheit manifestieren. Aber durch die Impfung muss ich ja nun mal leider noch mal sagen, werden diese unterwürfigen, diese unteren Schwellen einfach fixiert auf diesen niedrig schwingenden Ebenen. Da gibt es halt keine Lösung. Da kann man vielleicht von der Mutter Gottes oder den göttlichen, weiblichen sprechen. Aber man kann es nicht mehr spüren. Man kann es nicht mehr fühlen. Man hat keinen Zugang mehr dazu. Da kommt es nicht mehr zu spüren. Weil die Liebe geht durch alle Ebenen. Die Liebe, die kann man auch als Mensch noch spüren, sogar als Teufel noch spüren. Irgendwo gibt es immer einen Weg raus, die geht durch alle Ebenen durch. Oder die Unterwelt oder die Welt der Verstorbenen. Überall bringt die Liebe hin, weil sie das Ordnungsprinzip all dessen ist, was sich aus dem Urgrund, der in sich gut gelöst hat. Ich weiß nicht, das war jetzt vielleicht, ich habe versucht, nicht nur abstrakt darauf zu handeln, sondern so einen kleinen praktischen Hinweis, wenn man Krankheit hat, sich daran zu wenden. Vielleicht hilft es dann, das Leichte zu verstehen. Du hast am Anfang über diese Zyklen von Werden und Vergehen gesprochen und wir haben jetzt auch über Bewusstsein und Entwicklung von Bewusstsein gesprochen und wir sehen ja auch an den Kindern, wie bei jedem Kind sich in einer bestimmten Abfolge eigentlich das Bewusstsein entwickelt. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch als Menschheit kollektiv hier auf der Erde tun. und mich würde interessieren, an welcher Stelle siehst du uns da oder siehst du das überhaupt auch so, dass wir eine kollektive Bewusstseinsentwicklung durchlaufen? Ja und nein. Ja, weil es natürlich große Mengen gibt, sozusagen die größte gemeinsame Vielfalt, also die größte Menge haben ein bestimmtes Bewusstsein, aber zu jeder Zeit gibt es erwachte Seelen, die alle Stufen des Bewusstseins haben, das steht außer Zweifel. Und unser Planet selber macht, ist ein bewusstes Wesen und macht eine Entwicklung durch. So wie unser Sonnensystem und unsere galaktischen Brüder und Schwestern das ganze Universum machten Quantensprung von einer Dimension und die andere und die Erde ist etwas zurückgeblieben und die muss jetzt gleich mehrere, mehrere Klassen auf einmal absolvieren. Das ist natürlich eine sehr große Herausforderung. Aber wichtig ist zu verstehen, dass das, was die große Menge oder alle betrifft, ganz konträr sein kann von dem, was den Einzelnen betrifft. Denn es gibt, Zeit ist eine Illusion und alles findet gleichzeitig statt. Das heißt, es gibt Seelen, die gerade zum ersten Mal in die Existenz gekommen sind. Und es gibt Seelen, die schon zum so und so vielen Mal gekommen sind, einfach nur hier sind, um anderen zu helfen. Und das gibt es zu jeder Zeit. Und das sage ich deswegen, weil wir uns manchmal in dieser Zeit, wo es darum geht, in uns die Lösung zu finden, so wie du. Und aus dir heraus dein Leben zu gestalten und anderen zu helfen. In dem Bewusstsein, dass deine Arbeit gesegnet ist. Das ist die Herausforderung im Allgemeinen für unsere Zeit. Aber es gibt auch Seelen, die sind hier, um ihre Tradition, was weiß ich, Hinduismus ist zweieinhalbtausend Jahre, die Weden sechstausend Jahre alt, zu bewahren. Und da gibt es Meister, die sind angebunden in dieser Tradition, die sind aber vielleicht wie soll ich das ausdrücken? In der Zeit, damals, als die Zeit der großen Religion, da gab es sozusagen einen Hirten. Und dann waren alle Schafe sicher, die in dieser Richtung gehen. Wenn du heute nur einfach ein Schaf bist, bist du von nichts sicher. Heute besteht deine Aufgabe, ein Löwe zu sein. Und der Löwe, der, wie die Sonne, Sonne und Symbol, Löwe ist dasselbe Symbol, seine Liebe, sein Licht auf andere strahlen lässt und allen anderen genauso zugesteht, in sich seine Sonnennatur zu finden. ist ein völlig neuer Ansatz. Da können dich die alten Traditionen nicht hinzuführen. In den alten Traditionen, wenn du diesen Ansatz in dir gefunden hast, dann findest du ihn auch in den alten Traditionen. Aber das ist nicht ihr Fokus. sie werden nicht alles dafür tun, dass du ganz individuell und ohne äußere Unterstützung dein eigenes Ding machst, auch wenn es niemandem gefällt. Aber in dir ist dacht eine Stimme. Du sollst das tun. Verstehst du? Ich weiß nicht, es ist sehr schwer das auszudrücken. Also es gibt immer Seelen, die haben die Aufgabe, das Alte zu bewahren, das Alte. Und dann gibt es Seelen, die sind sehr jung und die sind noch ganz dicht bei Gott. Und dann kenne ich viele Eltern, die sagen, meine Kinder sind wie Buddha. Habe ich auch von meinen Töchtern gedacht, als sie klein waren. Aber du wirst sie nicht bei allem fragen, was du zu tun hast. Sollen wir jetzt einen Familiencar-Van kaufen oder sollen wir ein Stadtauto oder Mieten und so weiter? Das wirst du einfach diesen Buddha nicht fragen, weil er ist noch nicht bis hinab in die Individualisierung und in das menschliche Erwachsensein gestiegen und daraus wieder aufzusteigen. Und allgemein betrachtet ist die Menschheit heute an dem Punkt, wo sie aufsteigt. Man redet von aufgestiegenen Meistern. Das sind welche, die auch wirklich inkarniert waren im Gegensatz zu den Engeln, die waren noch nie Menschen. Frag doch einen Engel bloß nicht, soll ich den lieben oder jenen? Der wird höchstens antworten, ja natürlich, alle sollst du lieben. Verstehst du, er weiß vielleicht gar nicht, wovon du redest. Er lebt auf einer anderen Ebene. Aber einen aufgestiegenen Meister, den kannst du vielleicht fragen. Der weiß, was die menschlichen Themen sind. Okay? Also das heißt, die Menschheit ist am Aufsteigen, weil insgesamt das Licht anders wird. Licht ist dasselbe wie Bewusstsein, Information, Bewusstsein, wird anders und die Erde und die Sonne nähern sich dem galaktischen Zentrum. Deswegen wird jeder von uns mehr eigenes Bewusstsein haben. das ist sozusagen der allgemeine Trend und insofern wollte ich sagen, ja, so ist es. Aber man darf jetzt nicht zu jemandem gehen und sagen, hey, du musst jetzt aufsteigen in dem Bewusstsein. Ich mache ja Astrologie zum Beispiel auch und dann sehe ich manchmal so Horoskope, da steht, dieses Leben möchte diese Seele lernen, ein Ego zu haben. Weil man kann ein Ego nur loslassen, wenn man mal eins hatte. Wenn man viele Leben Nonne war oder sonst was, hat man vielleicht gar nicht die Erfahrung von dem Ego. Ja, dann kann ich dem sagen, also tut mir leid, vergiss die ganzen Sprüche, Selbstlosigkeit und Bravsein und all dies, entwickle jetzt nochmal dein Ego. Was willst du? Was den anderen nicht gefällt und nur das zählt. Also man muss ja auch das nicht unbedingt Ego nennen, das kann man, ist ja auch ein schwieriges Wort in den verschiedenen Bereichen, wird das verschieden benutzt. Man kann es dann in Eigenwillen nennen oder so. Also du, was ich damit sagen möchte, es gibt eine allgemeine Entwicklung, so wie allgemein gehen die Menschen montags zur Arbeit oder wenn es hell wird, stehen sie auf. Aber es gibt natürlich ein paar Menschen, die haben Nachtschicht und die gehen morgens schlafen. Wenn man die dann sagt, hey, ist nur Tag und die Pflicht besteht jetzt aufzustehen, dann stimmt das halt nicht. Ist ganz, ganz individuell. Also unsere Zeit ist die der individuellen Spiritualität. Ich überlege gerade, was jetzt noch Heilsames gesagt werden möchte. Es war jetzt schon so viel. Gibt es noch etwas, was du auf dem Herzen hast, worüber du gerne sprechen möchtest? Mich hat das gerade sehr berührt, dass du das Wort heilsam benutzt hast. Das ist ja nicht ein Wort, was alltäglich benutzt wird und in der Presse steht. Ich weiß nicht, wie du das verstehst, aber ich finde heilsam ein wunderschönes Wort, weil es bedeutet, zumindest in der Tradition des Buddhismus habe ich es so übersetzt, wenn ich deine Heiligkeit übersetzt habe, dann habe ich es übersetzt für langfristig Glück bringen. Langfristig Heil bringen. Langfristig Heilung. Und das ist genau das, wovon ich auch vorhin gesprochen. Kurzfristig gehen mal ein paar Symptome weg durch Unterdrückung. kurzfristig ist man dann die Sorge, wird mein Kind wohl immer gesund sein, los durch den Punkt. Aber das ist halt ein Schleier, das ist eine Illusion. Das Entscheidende ist langfristig. Das langfristige Glück. Und ich glaube, das ist doch eine wunderschöne wahre Botschaft zu Pfingsten. Wir Menschen haben die Fähigkeit, langfristiges Glück anzustreben und Intelligenz und die Freiheit, das auch umzusetzen. Wir müssen halt die Ursache abgeschafft. Das würde ich gerne eben auch auf diesen Planeten, auf das bewusste Wesen ein zu ziehen. Das bedeutet, was die indigenen Völker sehr gut konnten, auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen. Und das war, so im Einklang mit der Natur zu leben, dass sie langfristig erhalten und dass sie langfristig gesund sind. Und so wie wir mit der Welt umgehen, so gehen wir auch mit uns um. Wenn wir immer nur die Welt ausbeuten, halten wir uns auch selber aus, nur Stress, überhaupt kein anabolen Polen mehr, gar kein Parasympathismus mehr und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass in der heutigen Zeit die Pfingstbotschaft nicht etwas reingeistiges ist, sondern der Geist sich wiederum die Erde kümmern möchte. Und wir sollten auf andere Art und Weise Respekt haben und Lektionen der indigenen Völker lernen. Und wenn jeder nur auf seinem Balkon ein Stück Erde hat und einen Blumentopf vor sich um die Erde kümmert und diesen heiligt und wirklich Fürsorge dafür hat, dann würde ich sagen, das ist das Wichtigste, was ich heute noch als Bitte, nicht als Botschaft, sondern als Bitte habe. Jede Kleinigkeit, jeder, der was tut, trägt zum großen Ganzen dazu war. Vielen Dank. Gerne, Christa. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ja. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Pfingstsonntag. Dankeschön. In der Natur, vermute ich. Ja, ganz genau. Gleich geht's los. Schön. Da habe ich eine kleine Gebetshütte im Wald und da gehe ich jetzt hin, und werde an euch alle denken. Schön. Alles Günke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.